Herzlich Willkommen hier im Kurs Traffic auf Knopfdruck, in dem wir uns nun darum kümmern, dass Sie auch die passenden Besucher in Ihren Funnel, in Ihren Conversion Prozess da reinlassen. Doch bevor wir richtig durchstarten, lassen Sie uns wie gewohnt in die Vogelperspektive wechseln, in die Unternehmerrolle schlüpfen, damit Sie das Ganze auch richtig gut verstehen. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig an der Stelle hier. Schauen wir uns also an und fragen wir uns an der Stelle mal ganz bewusst, wo erreichen Sie Ihre Zielgruppe, warum eignet sich gerade Facebook dafür so sehr, dann wie erreichen Sie dort Ihre Zielgruppe genau und weiters, worauf müssen Sie für profitable Anzeigen besonders achten. Und wie das Ganze richtig geht, wie es erfolgreich funktioniert und wie Sie mit Hilfe von Facebook Ihr Geschäft bzw. Ihren Umsatz extrem nach oben skalieren können. Das alles sind sehr, sehr wichtige Fragen und die wir hier in diesem Kurs alle beantwortet bekommen. Und jetzt kümmern wir uns um den Part, der erst jetzt zum ersten Mal so richtig Sinn macht. Jetzt, nachdem Sie Ihren Funnel mit Ihrem perfekten Liebmagneten, dann mit Ihrem Autoritätsverstärker und Ihrem Nachfassprozess und Ihrem Umsatz- und Conversion-Prozess hier stehen haben, jetzt sind wir so weit, dass wir auch die richtigen Menschen und die passenden Interessenten in Ihren Funnel lassen. Und das machen wir hier mit der Strategie Traffic auf Knopfdruck. Jetzt, mit dem funktionierenden Funnel da im Hintergrund, können wir jetzt die Tore öffnen, die Türen aufmachen sozusagen und dafür sorgen, dass wir genau die Menschen nun anziehen und hereinlassen, die wir auch haben wollen. Und das machen wir über Facebook-Werbung, über Facebook-Ads. Nun, warum überhaupt Facebook? Wissen Sie, für einen erfolgreichen Verkauf müssen immer drei Komponenten gut zusammenpassen. Das ist die richtige Message, also die Nachricht, die Botschaft. Auf der anderen Seite ist das der Markt, also an wen verkaufe ich. Und die untere Seite der Weg, das Medium, also wie bzw. worüber erreiche ich die Zielgruppe. Die Message, also die Botschaft, haben Sie sich ja bereits in dem Modul Ihre magnetische Botschaft gut erarbeitet. Und auch der Markt ist Ihnen durch den Kunden-Avatar, durch die Kunden-Avatar-Recherche ja bereits bekannt. Sie wissen also, an wen Sie verkaufen wollen. Jetzt fehlt doch nur mehr das Medium selbst. Und der Grund, warum Facebook hier so interessant ist, ist, dass Sie das Medium mit Facebook für nahezu alle Bereiche, auch für alle Märkte abdecken können. Und dabei ist es ganz egal, ob Sie im B2B- oder im B2C-Bereich unterwegs sind, denn egal. Wer auch immer hinter einem Unternehmen oder hinter einer Firma steht, hat in der Regel auch ein privates Profil bei Facebook, weil er ja eine Person ist. Und damit ist er auch für Ihre Anzeigen offen. Wir sprechen ihr also immer Personen an, nicht Firmen per se. Denn selbst wenn er privat auf Facebook da mit Freunden und Bekannten schreibt und dann eine Werbung sieht, die für ihn als Unternehmer, für ihn sozusagen aus beruflicher Sicht interessant ist, dann wird er darauf reagieren. Und nur, um Ihnen da einen Überblick zu geben, welche Reichweite Sie haben, wie viele Menschen Sie da überhaupt erreichen können, hier mal ein paar aktuelle Zahlen. Diese Zahlen stammen von Facebook selbst und werden auch regelmäßig aktualisiert. Und wenn Sie diese Entwicklung interessiert, brauchen Sie einfach in Google nur nach Nutzerzahlen Facebook suchen und schon werden Sie auf die aktuellen Zahlen stoßen. Und hier, die Zahlen belaufen sich auf 32 Millionen aktive Nutzer. 32 Millionen nur in Deutschland. Wikipedia selbst gibt für Deutschland eine Gesamtwohnereinzahl von so rund 83 Millionen an. Das heißt also, über 38 Prozent der deutschen Einwohner haben einen Facebook-Account. Und dazu müssen Sie bedenken, dass in den angegebenen 83 Millionen ja alle Altersbereiche vertreten sind. Eben auch Babys, Kleinkinder, die ja noch nicht auf Facebook vertreten sind. Und das bedeutet, dass diejenigen, die für uns als Kunden interessant sind, noch viel stärker vertreten sind. Und übrigens von diesen 32 Millionen aktiven Nutzern sind täglich rund 23 Millionen aktiv. Und das ist ein Grund, warum Facebook als Werbemedium so sehr interessant ist. Und ein zweiter Grund ist, dass Sie durch die ganzen Angaben, welche die User selbst machen und die Datenbanken, die Facebook hier selbst hat, haben Sie ungeahntliche Möglichkeiten, Ihre Nutzer über Facebook zu erreichen und aber eben genau die Nutzer, die für Sie auch wirklich interessant sind. Werfen wir nun einen ersten Blick auf die Werbefläche von Facebook Ads. Dann sehen wir, welche Optionen uns da zur Verfügung stehen. Denn neben demografischen Angaben wie der Standort, das Alter, das Geschlecht, die Sprache oder sogar der Beruf, stehen uns Interessen und sogar Verhaltensweisen zur Verfügung. Mit der wir eben genau die Menschen erreichen können, die wir da konkret haben wollen. Und damit können Sie auch sehr genau definieren, wen Sie erreichen möchten. Und können beispielsweise festhalten, dass Ihre Werbung nur an Personen zum Beispiel zwischen 45 und 54 ausgespielt werden soll, die in Deutschland leben und sich zum Beispiel für Hundeerziehung interessieren. Und diese ganz genaue Targetierung, also diese genaue Ausrichtung Ihrer Werbung verringert damit auch immens Ihren Streifverlust. Denn damit bekommen Sie eben auch nur die Personen, bekommen auch nur die Personen Ihre Werbung zu sehen, die auch wirklich ein Interesse daran bekundet haben. Sie können sogar so weit gehen und sagen, dass Ihre Werbung nur diejenigen erhalten, die Interesse A und Interesse B angegeben haben. In diesem Beispiel hier würden wir jetzt nur Menschen erreichen, die sich für Hundeerziehung und Martin Rütter interessieren. Und damit verringert sich zwar Ihre Reichweite, aber Sie grenzen Ihre Zielgruppe noch einmal weiter ein und erreichen immer mehr die Menschen, die Sie erreichen wollen. Das heißt, Sie erhöhen damit die Qualität. Doch es geht noch weiter. Denn je nachdem, in welchem Markt Sie unterwegs sind oder wie groß Ihre Zielgruppe ist, können Sie auch Personen ausschließen. Denn dann könnten Sie auch sagen, ich möchte die Menschen erreichen, die sich für Hundeerziehung interessieren, aber eben nicht für Martin Rütter. Sie können also bestimmte Interessen, Berufe und so weiter ausschließen, um noch genauer Ihre Zielgruppe dann zu erreichen. Das an der Stelle nur als Beispiel. Und damit angehen Sie jetzt mit Ihrem Liebmagneten, Ihrem Köder, genau dort, wo sich Ihre Fische, also Ihre Wunschkunden befinden. Doch woher wissen Sie jetzt, welche Interessen für Sie da in Frage kommen? Nun, was wissen Sie durch Ihre Vorarbeit mit Ihrem perfekten Kunden-Avatar? Hier sollten Sie jetzt ja wissen, für was sich oder wofür sich Ihr Wunschkunde wirklich interessiert. Wem erfolgt und was ihn aufzeichnet und so weiter. Sie sollten hier von einem Unbekannten inzwischen ein sehr, sehr genaues Bild haben, eine Person haben, eben Ihren Kunden-Avatar haben, der Ihre Zielgruppe da widerspiegelt. Sie sollten jetzt ein Bild haben, womit sich Ihr Kunden-Avatar im Alltag, wenn es um Ihr Thema, wenn es um Ihr Angebot geht, womit er sich da umgibt. Denken Sie doch nur mal an sich selbst. Welche Bücher lesen Sie? Welche Filme gucken Sie? Welche Magazine kann man bei Ihnen finden? Welche Webseiten, welche Blogs oder Foren sind in Ihrem Verlauf zu finden? Das sind alles eben mögliche Ausrichtungen für Ihre Werbung. Und die Fragen aus dem ersten Modul, aus Ihrem perfekten Kunden, aber da helfen Ihnen hier sehr, sehr gut weiter. Welchen Experten folgt er? Welchen Gurus glaubt er? Welche Magazine liest er? Welche Seminare oder welche Events besucht er? Welche Tools oder Produkte nutzt er? Gibt es vielleicht Organisationen, in denen er sehr aktiv ist? Eben all die Themen, die ihn als Person, die ihn als Mensch mit seinen speziellen Interessen umgeben. Eben die Interessen, die für Sie und auch für Ihr Angebot relevant sind. Und desto mehr Sie herausfinden, desto größer wird Ihre Reichweite. Hier mal ein paar Beispiele für verschiedene Zielgruppen, um die Thematik noch deutlicher werden zu lassen und um zu zeigen, welche Reichweiten Sie hier überhaupt generieren können. Nehmen wir hier mal die Zielgruppe Bodybuilder. Sie verwenden Handschuhe für das Training. Hier gibt es wiederum verschiedene Firmen, die diese herstellen. Spezielle Firmen, die sich beispielsweise auf dem Bereich Bodybuilding spezialisiert haben. Und das bedeutet, dass diese Firmen auch in den allermeisten Fällen eben nur von Menschen innerhalb dieser Zielgruppe, für die bekannt sind. Bei Gurus und Experten hätten wir beispielsweise Arnold Schwarzenegger mit Filmbüchern und Filmen zum Thema Bodybuilding und als Magazin Muskel und Fitness. Das ist nur eine minimale Übersicht. Wenn Sie weiter hier in die Suche gehen, werden Sie schnell 50, 100 und mehr mögliche Ausrichtungen für die Werbung bei Facebook finden. Das gleiche zum Beispiel bei Müttern, die interessieren sich für Kinderwagen. Auch hier wiederum gibt es ja spezielle Hersteller, die sich nur auf Kinderwagen fokussiert haben und die auch innerhalb der Zielgruppe bekannt sind. Auch hier gibt es Experten und auch hier gibt es spezielle Magazine, wie zum Beispiel das Müttermagazin. Bei wiederum Golfern, Reitern oder Online-Marketern genau das gleiche. Jede Zielgruppe hat seine eigene Umgebung, die eigenen Themen, Produkte, Hersteller, Magazine und Co., die da ihren Alltag umgeben. Und desto mehr Interessen Sie haben, die nur Ihre Zielgruppe kennt, desto mehr werden Sie auch nur die Menschen erreichen, die Ihrer Zielgruppe, die Ihrem Wunschkunden auch wirklich entsprechen. Nehmen wir mal als Beispiel den Boxsport. Die meisten Menschen oder viele kennen Muhammad Ali. Auch Menschen, die sich nicht für die Thematik interessieren. Das heißt, hier wäre die Gefahr groß, dass sie auch Menschen erreichen, die sich gar nicht haben wollen. Aber wie sieht es mit Lennox Lewis aus? Den kennen schon etwas weniger. Doch wenn es dann an Willi Pep geht, dann melden sich nur noch wirklich die wahren Boxfans. Und das, obwohl Willi Pep vom Ring der Magazine als zweifellos größten Defensivboxer aller Zeiten bezeichnet wurde. Sie sehen schon, worauf es hier ankommt. Und die Interessen, die nur Ihre Zielgruppe kennt, die finden Sie überall. Das können eben Hersteller sein, Produkte sein, Vereine, Magazine und all die Punkte sein, die Sie hier sehen. Und jetzt kommt eben das ganz Tolle an Facebook. Denn Facebook hilft Ihnen, noch mehr über Ihre Zielgruppe da herauszufinden. Noch weitere Interessen zu finden, die Sie für Ihre Werbung hier nutzen können. Und deshalb ist Facebook so wertvoll. Und zwar hier mit dem internen Tool Zielgruppen Insights. Das Ihnen über die internen und externen Datenbanken viele Informationen zu Ihrer Zielgruppe gibt. Hier erhalten Sie ganz, ganz wertvolle Informationen über Personen, die auf Facebook unterwegs sind. Oder sogar über Personen, die mit Ihrer Fanpage verbunden sind. Und somit können Sie sogar mehr über die Personen erfahren, die bereits mit Ihnen interagieren. Denn neben den demografischen Daten wie der Altersgruppe, Geschlecht, Bildungsstand, Beruf, Beziehungsstatus und anderem, finden Sie auch heraus, welche Interessen Ihre Zielgruppe hat und welche Interessen noch gegeben sind. Und auch nicht außer Acht zu lassen. Sie erhalten auch weitere Informationen, beispielsweise über den Standort und über die Aktivitäten. Und damit wissen Sie auch, wie sich Ihre Zielgruppe auf Facebook auffällt. Zum Beispiel mit welchem Endgerät Ihre Werbung angesehen wird. Und übrigens hier sehr, sehr interessant. Von den 32 Millionen aktiven Nutzern in Deutschland sind 29 Millionen mobil aktiv. Und 22 Millionen davon täglich. Das sind über 90 Prozent der Facebook-Nutzer in Deutschland sind also mobil unterwegs. Und hier sehen Sie auch, welche Berufsbezeichnungen bzw. Berufssparten sich dann für Ihr Thema interessieren. Und das gibt Ihnen auch wiederum Aufschluss darüber, wie Sie Ihre Werbeanzeige schreiben sollten. Bzw. worauf Sie Wert legen sollten. Denn wenn Sie beispielsweise vorwiegend Mütter aus analytischen Bereichen da haben, dann können Sie eher hier mit Zahlen und Fakten überzeugen. Und wenn Sie hingegen eher, Sie bei kreativen Jobs und Menschen, dann können Sie eher mit Emotionen punkten. Nun, zu der Zielgruppe, die Sie suchen, erhalten Sie auch weitere Interessen, die geliked wurden, für die sich Ihre Zielgruppe interessiert. Und das sind eben potenzielle Ausrichtungen, Targets für Ihre Werbung, mit der Sie eben Ihre Zielgruppe gut erreichen. Doch das ist nicht der einzige Weg, um da an wertvolle Informationen über Ihre Zielgruppe zu kommen. Sie sollten sich auch Ihre, zum Beispiel Ihre Top 3 Mitbewerber ansehen und deren Fanpages. Und Beiträge dort schauen, die sich die Personen an und die Beiträge, die auch positiv kommentiert und geliked wurden. Öffnen Sie auch deren Profile und schauen Sie sich die Personen an. Was zeichnet diese Personen aus? Welchen Job haben diese da angegeben? Welche Likes, Events, Bücher und so weiter sind auf Ihrer Infoseite zu sehen? Und ja, auch hier sammeln Sie wiederum sehr, sehr wertvolle Informationen, die Sie dann für Ihre Werbung auf Facebook dann direkt einsetzen können. Und das Ziel mit guten Interessen, mit Personen, die auf Ihre Anzeige reagieren, ist, dass wir Facebook mit unseren Kampagnen und Anzeigen mit den Personen, die auf unser Angebot reagieren und handeln, genügend Daten geben. Warum ist das so? Nun, weil Facebook uns dann hilft. Ja, Facebook hilft uns Personen zu finden, die unsere Zielgruppe, die unserer Zielgruppe ähnlich sehen. Das sind die sogenannten Lookalikes. Facebook schaut sich eben dann die Profile von Interessenten und Kunden an und schaut, wer auf Facebook entspricht von den Interessen und vom Verhalten her diesen Personen. Das Einzige, was Sie hierfür brauchen, ist eben eine gute Quelle. Also eine Liste von Kontakten, die die gewünschte Handlung bereits ausgeführt haben, die sich eingetragen haben oder noch besser, die auch schon gebucht oder gekauft haben. Und desto mehr Daten Sie hier Facebook zur Verfügung stellen, desto bessere Ergebnisse in Form von Usern, die auf Ihre Ansage dann reagieren, werden Sie bekommen. Und eine Lookalike ist in den meisten Fällen die stärkste und oder best funktionierende Quelle für neue Kontakte und Kunden. Facebook leistet also hier sehr, sehr gute Arbeit. Doch wie gesagt, dafür muss zuerst mal die Ursprungsquelle, an der sich Facebook da orientieren kann, sehr, sehr gut sein, sehr sauber und sehr homogen sein. Und mit all diesen gesammelten Interessen und Lookalikes, die da später dazukommen, gehen wir dann an Ihre Ansage selbst, wo wir auf der obersten Ebene da Ihre Kampagne haben, mit der wir Ihr Ziel und Ihr Kampagnenziel hier mal definieren. Wenn Sie hier schon mal reingeschaut haben, dann wissen Sie, dass Facebook hier viele, viele Möglichkeiten bietet. Viele Optionen, bei denen man oft gar nicht weiß, was man da alles einstellen soll. Und daher werden wir auch hier uns auf die 20% konzentrieren, die für 80% des Erfolgs notwendig sind. Daher werden wir da gar nicht auf alles eingehen, weil Sie es ohne dies nicht brauchen werden. Wir kümmern uns um die Kampagnenziele und Optionen, die für Sie wirklich Relevanz haben und die Ihnen auch Ergebnisse bringen werden. Kommen wir nun zurück auf diese Übersicht. Ihre Kampagne richtet sich nach dem Werbeziel, das Sie verfolgen. Und das ist auch wichtig, weil Facebook Sie bei Ihrem Ziel unterstützt. Und diese Ziele haben ihren Sinn und können da einfach nicht beliebig gewählt werden. Unter der Kampagne, auf der nächsten Ebene, sitzen dann Ihre Anzeigengruppen. Und ich habe es hier schon dazu geschrieben. Deswegen, diese beinhalten Ihre Interessen. Und im besten Falle nur ein Interesse oder eine Interessenkategorie. Damit Sie später wissen und auch wirklich gut nachvollziehen können, welches Interesse Ihren Kunden wirklich bringt, Ihnen Kunden bringt, und welches eigentlich Ihnen nur Geld kostet. Denn dann können Sie die Interessen rauswerfen, die eben nur kosten, aber nichts bringen. Und unter der Anzeigengruppe, hier finden Sie dann Ihre Anzeigen. Und das ist der Grundaufbau innerhalb von Ihrem Werbeanzeigen-Manager. Und auf welche Details und Feinheiten Sie hier achten müssen, damit Sie sich nicht selbst zu Ihrer eigenen Konkurrenz quasi werden und die Performance Ihrer Anzeigen dann vermindern, sondern dass Sie das volle Potenzial entfalten und Ihre Leads zu bestmöglichen Preisen einkaufen. Das alles erfahren Sie hier im Kurs innerhalb der Kapitän-Strategie. Und der letzte Punkt, der jetzt noch für Sie, für das Grundverständnis hier wichtig ist, ist es zu verstehen, was das Ziel von Facebook ist, beziehungsweise wie Sie wirklich gute Gewinneranzeigen nun erstellen. Facebook hat das Ziel, dass der Nutzer auf der einen Seite ein sehr positives Erlebnis hat und auf der anderen Seite eine Wertschöpfung für Sie als Werbetreiber. Und das bedeutet, mit den Zielen, die wir verfolgen, neue Interessenten und eben neue Kunden. Doch damit Facebook dieses Ziel auch erreichen kann, muss Ihre Anzeige den Richtlinien von Facebook entsprechen. Und man muss sich auch vor Augen führen, dass wir auf einer sozialen Plattform unterwegs sind und hier eigentlich niemand konkret nach einem Produkt oder nach einer Dienstleistung sucht. Das heißt, Ihre Anzeigen müssen auffallen und für den Nutzer interessant sein. Sie müssen einfach da herausstechen, auf die Art und Weise, wie es Facebook erlaubt. Und an diese Spielregeln müssen wir uns halten. Denn sonst ist Ihr Werbeaccount sehr, sehr schnell gesperrt, was kein Weltuntergang ist, aber ärgerlich ist, weil damit auch viele Arbeiten verbunden sind. Nun, wie entscheidet Facebook, ob Ihre Anzeige wertvoll und nützlich für den User ist? Nun, dieses Ziel erreicht Facebook dadurch, dass die eine Auktion durchführen. Durch diese im Hintergrund ablaufende Auktion erreichen Werbetreibende nämlich genau die Personen, die passend für Ihre Werbeanzeigen sind. Und den Nutzern werden dann eben nur die Inhalte gezeigt, für die sie sich interessieren. Also Facebook will die richtige Werbeanzeige zur richtigen Zeit an die richtigen Personen ausliefern. Und dies unterscheidet Facebook von anderen Auktionen, denn nicht die Werbeanzeige mit dem höchsten Gebot erhält den Zuschlag, sondern diejenige, die insgesamt den größten Mehrwert bietet. Täglich finden da Milliarden dieser Auktionen statt. Die Anzeige wird dabei anhand Ihres Gesamtwertes bewertet und die Anzeige mit dem höchsten Gesamtwert gewinnt dann die Auktion. Und dieser Gesamtwert wird anhand mehrerer Faktoren berechnet. Und dazu zählen das Angebot, weil das die Vorhersagen von Facebook darüber, wie die Nutzer auf ihre Anzeige reagieren werden und wie relevant sie ihre Anzeige nach der Einschätzung von Facebook finden werden. Kurz gesagt, wenn ihre Anzeige einen Mehrwert, einen Nutzen für die Zielgruppe darstellt und ihr Budget passt, dann sind sie im Rennen und haben eine sehr, sehr gute Chance darauf, dass ihre Anzeige ausgespielt wird. Die Formel von Facebook hier ist, das Gebot des Werbetreibenden mal die geschätzte Reaktionsraten plus den Wert für den Nutzer, woraus sich dann der Gesamtwert ergibt. Und hierbei spielt nach Facebook die Relevanzbewertung der Anzeige keine Rolle für die, die sich schon mal damit beschäftigt haben. Und das bedeutet letztendlich für Sie, dass Ihre Anzeigen Inhalte bereitstellen müssen, die den Richtlinien von Facebook eben entsprechen, damit sie überhaupt im Spiel sind und die den Nutzern einen Mehrwert bieten und auch zum Handeln motivieren. Nun, im Fokus von Facebook steht der User selbst, ganz klar. Wenn Sie also mit Ihrer Anzeige ein positives Erlebnis für ihn schaffen, wird Sie Facebook lieben und Sie bei Ihrem Vorhaben dann auch wirklich unterstützen. Und das bedeutet auch, dass Sie starke Anzeigen mit sehr, sehr hohen Kommentierungsraten haben werden, die von Facebook dahingehend auch belohnt werden. Dass Sie a. häufig ausgeliefert werden und b. wenig kosten. Das ist auch das Ziel, was wir erreichen wollen in unseren Anzeigen. Und damit sage ich Ihnen, genug der Vorbereitung. Lassen Sie uns starten und gehen Sie an Ihre profitablen Kampagnen, um eben genau die Menschen anzuziehen, die Sie sich für Ihr Business, für Ihr Geschäft wünschen.